einfach liegen und nix machen ich mache ja nicht die ganze zeit und bete gott dass der blutschalen endlich mal weg geht ich glaube selten alles überleben sowas mir schreiber bitte elf oder einer von euch einer von euch einfach nur ich mache eins ich dachte sehr dass sie ihn jetzt endlich raus geschmissen sie hat sie er hat ihn ausgeworfen draußen ist nichts mit laufenden tippen das hat alles was überhaupt attackiert getraut das merkt man auch die anderen die auch jetzt gekämpft haben sowie auch der ding ist die sind allesamt raus deine mutter stirbt aber langsam genau zum trauerspielen das blut oder ganz nächstes rot gefärbt alter da kannst du raus die ganze bei mir umschlavin hat er wollte mich noch mal knuppen wer ist der schandtier ich darf mich nicht bewegen ich bin er ist ein todes opfer ich habe überleben ich habe überlebt sie hat überlebt guck mal gesagt dass das überleben was tot weißt du hat noch ein kind gefährt macht das mal nach ich bleibe jetzt nur noch bei einem von euch beiden ich glaube wenigstens bei meinem vater wenn denn hier muss bei ihm bleiben ich kann eben kämpfen ja da drüben sie ist wissen das was du hast diese bag animation sind immer wieder legendär ja wie muss ja sein überhaupt gar nicht ist durchgehen jetzt muss ich mich voll fressen jetzt muss ich ich habe jetzt um mein leben gerankt er so wenn ihr meinen bildschirm sehen würde ich bin ich verbrauche ich habe Hunger wie eine sau ich heile jetzt wie ein keller im dorf ich muss jetzt auffressen da drüben hast du ja Essen da ist ja genug gestorben jetzt ich glaube ich will hier nicht mehr im wasser bleiben ich bin lieber im gras jetzt willst du lieber ins gras beißen? ja da ist nämlich mehr die Tester weißt du was ins gras beißen bedeutet ne? stirb stirb da ist die stirb ja ich bin fast vom tot weißt du ich habe zwei Kinder verloren eins war blöd im Kopf das zweite wurde Bas und mir umgebracht und das dritte ist gerade geboren in meiner schlimmsten Lebenslage alter und wird auch meiner schlimmsten in deinem Leben sein das Kind kann vielleicht die Peststräne werden aber hier gibt es Sträne oh Gott Ei das viel Ei das viel? hä? ja wenn ihr die Ungarns Sprache kennt weiß er wie ich das mein so ich habe er gesagt wo war oh mein Gott gibt es so viel Futter ja jam ok ich leg mich jetzt hier irgendwo hin irgendwann zu den Akku ein bisschen er sieht man nur wie es hier abgegangen ist davor selbst der Anki ist auch da alles da da kannst du schön dazwischen sitzen kindermord man sagt kindermord ja man hat ihm schon fünf kinder umgebracht Minuki ist auf dem server! auf diesem server? ja Minuki ist auf dem server ja jetzt ist Soundwave schon wieder da eh verpiss dich ja das ist fast die einzige die immer online ist da kennt man ja dieses typische admin problem soll mich hinstellen ich raum auf du musst ja auch durchgehend englisch auch bin ich bei euch in der gruppe drin eigentlich keine ahnung Miro ich kann mir dann auch Minuki einladen vielleicht hab ich noch ein Ei warte mal ich kann ja zumindest weiß ja gar nicht was sie isst wie ist Alu hat sie grad geschrieben ich verlasse einfach mal ein hier ist ein Ei aber das ist nicht von mir das liegt ja schon seit Jahren rum ach das ist von den raptoren und also ich habe zumindest abgeschickt also du weißt jetzt nicht ob sie es angenommen hat ich hab ja gleich gesagt mir keiner mit in die disco-gruppe schon gekommen ist sie ist ja nicht in der disco-gruppe ich glaube sie ist doch in der disco-gruppe oder? ich in dieser gruppe hier hab ich grad nachgeschaut da hat sie eins oder warte sie soll mich mal anschreiben sie soll mich mal anschreiben wo? an Steam ok Warte, ich kann auch den Gruppending schicken, dann kannst du sie auch einladen. So, dann haben wir jetzt gleich noch einen. So. Wolltest du an Jöcke schicken? Ja. Kinder wurden gestorben, wurden getötet und so welche und dann setzen sich die Familien zusammen und reden mit einer... Jetzt du kriegst du tot. Geh weg, ey. Und die Österreicher können sich hier in so einem System nicht ausüsten. Jöcke ist in der Gruppe. Okay. Du musst ja nur noch hier rein. Ah, hier ist die drinnen. Hi, Jöcke. Alter. Jetzt muss ich nur noch entmuten. Ja, ich glaube, Jöcke ist... Ja, sie ist noch genug. Jöcke, kannst du reden? Sie hat sich genotet. Ja, also sie ist schon die ganze Zeit genotet, seit sie reinkam. Vielleicht liegt das gleich an dem Venom Rang vielleicht? Nee. Nee. Das ist jetzt, glaube ich, ganz normal eingestellt. Ich kann ja mal gucken. Ja, weil jeder hat hier irgendwie... Nee, jeder darf hier was machen. Hier gibt es keine speziellen Rollenverteilung. Jetzt hat sich schon wieder der Eislauf gehangen. Es nervt mich langsam. Ich gehe jetzt ans Nest und ich... Ich sag's dir. Ich brauche die Gruppeneinladung. Jöcke, Mimi, Mimi. Wo ist Mimi drin? Ich will dich schon mal vorher einladen. Ah, wie eine Baustelle. Ich bin nächste Mal. Ich melde mich noch für den Server, ich seh's schon. Na, vor allem, dass die ja deutsch sprechen zum Teil. Alter, könnt ihr mal aufhören, ich seh's doch ff... So, bin wir da... Oh, was war da? Hey, was ist das da? Das ist Admin, keine Angst. Das ist so. Sonst, der Admin ist. Wird chill mit der Admin. Oh, ich hab fast nichts mehr zu essen und trinken! Peter? Warte, warte, warte. Hier, warte. Ein Kind vergisst alle Grundlagen des Lebens. Gut, voll? Oh Gott, ist das ein Rex? Ist das ein Rex? Ist das ein Rex? Will der mich töten? Riss nicht, sieht so aus. Ich hab immer noch Durst. Ich hab Angst. Hey, hi. Hi, Yuki. Yuki redet ein Wort. Ich hör nichts. Oh Mann, Soundwave! Geh doch einfach weg! Das hat mir jetzt gerade für einen Schrei gemacht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich fall. Ist hier, ist hier Killzone? Nein, hier am Wasser ist keine Killzone. Der darf hier gar nicht... Der schlawenzelt die ganze Zeit um uns! Noch einen Schluck trinken, noch einen Schluck trinken, dann bin ich voll. Okay, voll. Ab zum Futter, 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 bitte. Oh. Kann man sich jetzt denken? Ja, Mann. Was ich jetzt hier schreiben wollte. Ich will zum Admin. Wo ist der Admin? Der Admin da ist immer noch safe, oder? Eigentlich ja. Wie schon, ja. Wo ist der Admin? Gut, Frage, nächste Frage. Admin! Wo sind Sie? Wir sind im Admin. Wir sind im Admin. Admin, warte, ich such ihn ja schon. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie teleportiert sich ja, das ist das Problem. Wir müssen jetzt etwas größere, was auch beschützen kann. Agro vielleicht? Ich stehe jetzt schon ein bisschen mehr im Weg. Ich stehe jetzt schon ein bisschen mehr im Weg. Ich stehe mal ein Admin. Ich komme einfach ein. Hier ist der Admin. Hier ist der Admin. Wo? Hier, 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 hier. Ne, ich hab'n Ei. Das ist der Admin. Das muss er Admin. Das ist ein Herr. Ne, ne. Das war ein anderer. Das hab' ich schon gesehen. Das war ein anderer. Das hab' ich schon gesehen. Das war ein anderer, Herr. Wieso will der mich eigentlich die ganze Zeit töten? Er will uns töten. Ich bin angeschlagen und du bist ein Baby. Stimmt, wieso will der zwei töten? Einfach Kills. Kann man sich zu den Akros legen? Ja, ich bearbeite sie schon ganz. Der, der, der der, der Kälfter, der Dracklefter. The, der Kälfte. Die sehen das langsam, dass der hier die ganze Zeit rumschlabenstelt. Ich glaub der Hera ist nicht da, aber das ist jetzt wieder da. Ja der ist jetzt vorhin, der ist da oben jetzt so. Ja. Ich will mich jetzt einfach irgendwo hinlegen, wo ich umgestockt bin. Geh nicht zu weit weg. Der Admin hat einen Arsch schon im Auge. Ja, wo ist Safe Zone überall? Du läufst die ganze Zeit in einer Safe Zone. Er macht das dann auch. Guck, wo die Leute sind. Wenn sie hier chillen, das ist ja die Safe Zone. Ich muss ja selber ein bisschen RP machen, aber das soll halt auf einen anderen Server gehen. Oder auf einen anderen Server gehen. Hat ja Ilarien geschrieben. Er hat auch geschrieben, man sollte sich respektieren. Ich habe Hunger. Wir wollen ja nicht mehr als nur ein bisschen Platz. Also wenn Mimi will, kann sie ja kommen. Da hinten zieht er übrigens einen Rechsenwald, ne? Wo ist mir? Der wartet auch noch, dass einer reingeht in den Wald. Ich gehe zum Admin unten an den See. Ich muss eh trinken. Ich muss auch was trinken. Ich bin viel blinker geworden. Ich will mich ergänzt zu den Akkus legen, weil die sind ja recht freundlich, oder? Das ist ein deutschsprachiger sogar. Ich gehe zu den Akkus. Ich gehe selber nicht zu denen. Die sind ja in der Safe Zone. Ich glaube, ich bin gleich am See. Yay. Dann haben wir auch gleich ein viertes Mitglied hier. Jo, ich bin am See. Okay. Ich komme. Ne, du bist nicht. Also ich bin kein, äh, Alu. Und was dann? Ich fände noch 5 Punkte, da kannst du als Baby gehen. Ein Giga? Das ist recht gut eigentlich. Ich bleib Giga. Ich bleib Giga. Na gut, äh, guck mal auf deinen Ping. Also kämpfen, hm 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 hm. Nicht du wirst sterben, glaub es mir. Aber sie kann ja wenigstens verteidigen, kann sie ja. Na gut, wenn der Treffer nicht sitzt und sie ist schon längst tot, wenn der Treffer sitzt. Was ist das hier? Der Ping verzögert das. Ich hoffe, sie ist bald da. Dann haben wir einen guten Bodyguard. Hust. Ja. Ein Bodyguard. Mit Hust. Ich könnte die Gegner abschrecken. Ich wäre verletzte Mutter, welche halt immer noch vor sich hin. Verletzte Mutter, die schon bereits drei Kinder hatte. Ja. Weißt du, mein drittes Kind wurde in meinem Blut geboren. Sona wurde in meinem Blut geboren. Das erste Kind war behindert. Das zweite Kind war recht in Ordnung. Das dritte Kind, ja, wurde gerade gesagt. Ich bin da. Ich hab keine Ahnung, wo die Safe Zone ist. Äh. Grabe Leute sind. Wo bist du? Das sind viele Dinos. Da ist sie. Mioke, wir sind hier liegen. Warte, ich hole sie. Bleib du da weg. Bleib du bei Miro. Also die Diskussion mit Soundpfiff auch endlich durch. Wir haben der weit entfernte Tante jetzt noch hergeholt. Die Frage ist, will jemand noch ein Baby haben? Also will jemand als Baby noch gehen? polis ich muss jetzt leider auf morgen schule also stimmt ja und nicht verpasst irgendwie das ist also schon war ich habe was ist es heute freitag nicht schön frei gehabt aber ich würde sagen danke fürs zusehen bis zum nächsten mal wenn die part ist jetzt auch mal zu entdecken das war aufregend genug das kind wurde erwachsen wir haben die härteste unseres lebens durch gemacht und jetzt haben wir ein gigafreund schönes happy end ja ja bis zum nächsten mal